So, diesen Lüfter haben wir gekauft, Anfang des Monats, und er ist etwa seit 10 Tagen in Beziehung. Nicht ruhig geht, immer nur wieder einmal. Wir haben eine normale maximale Lichtstärke, deshalb sehen Sie diese Anlage. Und das ist jetzt verhandelt, was hier in diesem Lüfter schon abgelandert ist. Dieser Lüfter flüstert aus unserer Boden heraus. So, das ist vielleicht so. Und das ist ein wenig Herzschutzteil. So, das haben Sie auch als Notenablagerung unter dem Zerbel gesehen, in der Zerbaut. Also, natürlich zieht er das hier alles durch und kontaktiert es ein bisschen. Das sind diese Anlagen. So leicht könnte man einfach Proben nehmen und wirst du sofort entscheiden. Das will man natürlich in Beziehung. Diese Proben kann man natürlich auch bei den Proben oder Proben ausgeben. Ich wollte Ihnen das nur mal zeigen. Also, der ist, also 5 Tage läuft der Proben. Seit 10 Jahren nie im Einsatz, ne? Man sieht. So sieht der schon aus. Kann man schon wieder aufpassen. Das hat den Verein, das der da konzertiert.